Steinkohle Okay, die kommen erst, wenn man an die Truhe gegangen ist. Die interessieren sich auch nicht unbedingt für das Schwert. Dann müssen sich, glaube ich, die Keule jetzt nehmen. Das ist natürlich auch interessant, dass die dann erst jetzt zum Leben erwecken, nachdem man die Truhe geplündert hat. Ist ja jetzt nicht so viel schlechter. Der macht nämlich wie auch jeder stark damage. Einfach gar nicht aufstehen lassen. Und in seinem Aufstehen, in der Aviation einfach killen. War da unten bei dem Warrior auch noch ein Golem? Ich glaube nicht, ne? Aber egal. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir noch? Ah! Keine tausend mehr. So, noch ein paar Goblins. Golem ist meine, ich müsste auch noch ein paar Geheiz gehabt haben. Das kriegen wir noch zusammen. Da gibt es ja noch die Suchenden. Sehr schön. Ähm... Moment, da sind wir willkommen. Gerade ist uns vor uns gekommen. Wo ist das hier? Erstmal der Weg. Hier ist das Feuer. Und da sind die Knieche. Ich glaube, da hinten liegt noch eine Steintafel. Ach, ich habe da noch einen. Sowieso. Ich muss noch erlernen. Also lesen muss. Erlernen. Das ist ja schon allein alles durch die Steintafeln an Skills haben. Bekommen haben, oder? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Also die Sprache zu lernen macht definitiv schon schnell Sinn. Nichts zu holen. Kommen Sie mal. Oh. Kriegen wir erstmal die nervösen Goblins hier. Obwohl sie auch noch mehr tun. Kommen Sie auch noch mehr tun. Krieger. 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 also viele erfahrungspunkte dürfen so wirklich nicht mehr sein die jetzt noch fehlen 50 steintafel lederbeutel und die truhe es links 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 rechts ein dietrich nur abgebrochen da ist nichts zu holen so im regal brot so eine nicht verschlossene truhe und eine verschlossene truhe pfeile drin links links rechts links 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 rechts nun jutsch dann habe wir steintafeln und lederbeutel 5 erzbrocken habe ich dieses knackern hier das geht mir total auf den nerven so die steintafeln wieder vergessen haben wir da einmal lebensenergie und bogenschütze lebensenergie ist aber auch echt oft mit der beine haben wir jetzt 570 bogenschütze haben wir 24 226 129 22 jetzt kann ich aber auch wieder meine waffe wechseln zack ein talent auch 26 so da haben wir doch hier noch einiges rausgeholt wenn ich jetzt den tatläufer was das war nicht gehört hätte welche gar nicht mehr hingegangen war für mich abgehakt ich bin nicht sicher ich meine hier wäre ein bett gewesen diesen tisch und da ist auch das bett so sehen wir auch was hier ist eine bratpfanne noch ein bisschen fleisch braten haben wir ja nötig so viel essen müssen wir auch viel braten das ist natürlich total sehr langweilig aber ich kann gleichzeitig mal eben mit der anderen hand wenn ich die ganze Zeit den knopf spamme ein wasser aufdrehen ob wir was trinken ach viel zu warm heute so komm speicher war hier ist alles weg wo waren wir gerade ich meine da oben bin ich reingegangen in nein links 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 rechts links links rechts links 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 rechts feuer ring ich war nicht schon gewesen bin da ist der schickeläufer stufelaufstieg sehr schön ich würde sagen dann begeben uns jetzt dass ich so kurines können ja hier relativ leicht hinkommen von kurines durch die portale aber erstmal schauen ob sie noch mehr und da bin ich gekommen genau das war dann der schattenläufer hinten im tempel vielleicht noch irgendwie was also diesen säulen tempel ruinen da vielleicht noch snapper oder so was sind die ich schon gut gelassen habe kann auch waran auch noch tatsächlich irgendwo bisher sein ja da ist noch waran zwei sztukula zwei sztukula So, so, so. Okay. Haben wir das. Boah. Stufe 26. Ne, hier. Äh, Hafenstadt. Dann können wir ja eigentlich auch noch hier bei Halvor, Halvor hieß der, glaube ich. Können wir ja auch noch unser ganzes Silber verticken. Kleine Fische und die Fische hat er. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 400 Goldstücke. Okay, ich dachte, das sind mehr. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Was ist denn das alles? Für heute mache ich keine Geschäfte. Die Probleme habe ich kommen sehen. Dann gehen wir jetzt mit Konstantino, der uns das Dings beibringt. Wenn ich es nicht mit allen Hosen sehen hätte. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Dann können wir ja auch nämlich unser Zweihandschwert tragen. Und das ist doch kein Geheimnis mehr. Zeig mir. Okay, ist nichts dazugekommen. Welche? Ich, äh... Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Wenn du den Sud aufkochst, achte darauf, dass die Bläschen nicht zu groß werden. Sonst erlebst du dein blaues Wunder. Welche? Ich, äh, kenne einige... Hm, das ist Trakt der Heilung. Können wir natürlich auch noch was machen. Warte weg, ich brauch den Alchemie-Tisch. So. Äh, spezielle Tränke. Ja, ich will doch Alchemie-Tisch. Ich hab noch mehr, die ich damit verbrauchen will. So, drei. Ich glaub, vier müsste ich mindestens jetzt machen können. Vier. Na. Was ist das denn jetzt hier? Weil der alte da im Weg ist. So bin ich groß drauf. Okay, vier Stück haben wir gemacht. Das heißt... Oh, es sind drei, nicht fünf. Aber es... Wollte ja trotzdem jetzt reichen. Sind hier zwölf. Stärke, die ich brauchte. 200... Äh, 126. 126 ist auch geil. So. Dann können wir jetzt unser Ordensschwert mit 140 Schaden statt 100 Schaden. Also 40 Schaden mehr. Und wir sind generell stärker. Dann stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und es gelang ihm nicht. Aber dort, wo Adanau stand, war das Hotel. So, was darf er da hören, ne? Ähm... Der Typ im Hof hat uns nur... ...eine Handwaffe beibringen können, ne? Lass uns... Ah, ist ein Hand. Da kostet schon 20... Äh, 10 Lernpunkte. Komm wieder... So. Jetzt haben wir 233. Das ist ja auch schon mal ein bisschen was. Äh... Das stimmt, der ist ja... ...mit aufgestanden gerade. Da kommt der Peck. Alles klar bei dir? Ich bin heilfroh, dass sich die Sache mit dem Mord aufgeklärt hat. Wieso? Kampflos hätten die Söldner doch nie zugeschaut, wie wir einen von ihnen an den Galgen bringen. Schlimmstenfalls! Warten wir schon. So, ich will mal zu den Händlern jetzt, wie gesagt, gehen, gucken, ob die noch irgendwas Interessantes haben. Ah, die sind hier mit dem... ...dem Tabak. Oder Bier könnten wir es noch. ...eben... ...besorgen. Hey, komm dir hier! Von K... So, ich habe jetzt verschiedene Tabaks für den. Den Honigtabak, den... Ähm... Kraut-Tabak. Ich habe eine... Lass mich deinen Tabak probieren. Das hat aber eine Vorausschuklasche gegeben. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Okay. Hört ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens, ergeht voll mit deiner Lange. So, komm, jetzt kriegst du den Kuhle. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Könnt sich auch alles auseinandernehmen. Okay. Und bitte heuer, du kommst an. So, um zu bezahlen? Vielen Dank.